Hol mal rein, hol mal rein! Herzlichen Glückwunsch! Sogar extra noch mal einen herzlichen Glückwunsch von Jonny selber. Sler ist auch dabei, Can. Alle sind hier in Köln. Kommt auf jeden Fall in dieses Video. Hallo Leute, was geht ab? Ich bin wieder Sebastian von The Wonder World und heute gibt es ein neues Video Wondertalk mit meinem Freund Kimbo! Aus München. Ja, ich dachte, euch vielleicht interessiert mal so ein bisschen was hinter dem geheimnisvollen Kimbo steckt. Und das letzte, das allererste Video von Missy kam super gut an. Die Leute konnten auf jeden Fall was über den Tänzer erfahren und das ist die Hauptsache. Ja, wie ihr schon seht, wir haben so ein bisschen schon präsent gemacht, ne? Möchtest du was sagen kurz? Einmal zu dem und einmal... Das ist ja auch so. Ja, das ist für meine neue Kollektion Kid of the Year. Hier meine neuen Shirts. Die gibt es ab jetzt bei mir zu kaufen. Überall, wenn ich auf Workshops unterwegs bin, nehme ich die mit und verkaufe sie auch vor Ort. Und ich werde auch bald einen Online-Store machen. Dann kann man sie auch online bestellen und dann werden auch mehrere Sachen kommen. Also nicht nur Shirts, nicht nur Caps und Sweaters. Die drei Sachen hatte ich jetzt. Genau. Ich werde auf jeden Fall noch mehr machen. Um diese Cap geht es auch heute. Ihr habt immer die Möglichkeit, wenn ich jemanden irgendwie im One-One-Talk habe, dass ihr selber auch eure Fragen stellen könnt. Alles, was in den Sinn kommt. Und der Kimbo war so nett und meinte, ey, lass doch mal noch ein Gewinnspiel draus machen. Jeder, der irgendeine Frage gestellt hat, völlig egal, in welchen Social-Media-Plattformen, hat die Möglichkeit, diese Kaffe zu gewinnen. In Schwarz. Neue Kollektion und Kid of the Year. Ich finde die mega geil. Irgendeiner hat die gewonnen. Werden wir am Ende des Videos bekannt geben. Schaut euch das Video an und ganz zum Schluss, ja, gucken wir immer noch. Der Kimbo wird auf jeden Fall auslosen, wer das gewonnen hat. Ich habe wieder mein schlaues Buch zur Hand genommen, weil ich mir die ganzen Fragen natürlich nicht auswendig gelernt habe. Und das Spiel geht wieder wie folgt. Zwei Minuten werden abgelaufen. Ich versuche so viele Fragen wie möglich zu stellen. Und ich habe zum Kimbo schon gesagt, ich bin mal gespannt, ob man ihn ein bisschen aus der Ruhe bringen kann oder ob er einfach so weiterhin gechillt ist. Und sich da... Bist du aufgelegt? Ne, alles easy. Ja, stimmt. Ich meine, ich weiß ja nicht, wer zu stellen ist. Alles easy. Na, okay, gut. Okay, dann werden wir das Ganze starten. Und zwar in 3, 2, 1, let's go. Wir fangen an. Wenn nicht München, wo würdest du sonst wohnen? Ich denke, San Diego. Und warum? Weil es ein super schöner Stand ist und super, super coole Leute. Und Tanzen ist Hammer. Okay, was ist deine schlechteste Angewohnheit? Angewohnheit? Ja. Ähm, ich kratze mich oft sehr an den Beinen, an Oberschenkeln. Geil. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 31. Und wie siehst du, wo siehst du dich in 20 Jahren? Ich sehe mich immer noch als Tanzschulinhaber von der Rhythm Dance School in München und eigentlich alles, was ich jetzt noch mache, bloß wahrscheinlich besser. Also geiles Leben schon. Ja. Okay, wer inspiriert dich am meisten? Ähm, auf jeden Fall Michael Jackson. Eine meiner größten Inspirationen. Und meine Schüler auf jeden Fall. Alle meine Schüler. Weswegen hast du auch angefangen zu tanzen wegen Michael Jackson? Ähm, nee, wegen Save the Last Dance, dem Film. Ey, nice. Und wann war das? Oh, vor bestimmt 15 Jahren. Deine erste Choreografie? War auf Neo Songwalt. Äh, Can't Fight It. Genau, Can't Fight It. Was war dein schönster Moment? Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, mit meiner Crew Nexotic auf Bodygroup zu stehen. Ja. Willst du mal Kinder? Ja, zwei. Oder fünf. Fünf. Kann ich gleich Small Group starten. Was ist dein nächstes Ziel? Ähm, mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, meine Online Store zu machen. Ja, geil. Ähm, ohne Tanz würdest du irgendeinen alternativen Beruf machen? Ich denke, ich werde weiterhin DJ machen. Ey. Das habe ich auch angefangen jetzt zu sehen. Okay, wenn du jetzt dich verletzen würdest, würdest du dann auch DJ sein oder was würdest du dann machen, wenn du jetzt nicht mehr tanzen könntest? Würde ich mich auf jeden Fall kreativ weiterentwickeln, sei es Klamotten, sei es DJ, sei es Musik, irgendwas. Okay. Dein Lieblingsgericht? Ähm, Frühlingsrollen. Dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist, meine Schüler glücklich zu machen. Bereust du etwas im Leben? Bis jetzt noch nicht, nein. Dein Lieblingstil? Ähm, Delfin. Dein Wort, dein Leben in einem Wort? Chillig. Chillig. Und jetzt darfst du drei Sekunden irgendwas in die Kamera sagen, was auch immer du möchtest. Okay. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ähm, danke für das Kaufen von meinen Sachen. Und... And done. Yes. Yes, nice. Wow. Okay, mir ist gerade aufgefallen. Ich habe einfach drei Seiten alle eure Fragen aufgelistet und wir konnten gar nicht alle beantworten. Ja. Aber ich schaffe auf jeden Fall... Also es macht gar nichts, wenn eure Fragen nicht dabei sind. Ihr habt natürlich trotzdem bei dem Gewinnspiel mitgemacht. Aber ich habe gemerkt, du hast trotzdem zwischendurch schon so ein bisschen so... Ein bisschen überlegen. Ja. Scheiße, scheiße. Ja, also so ein bisschen aus der Ruhe konnte ich hinbringen. Yes. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr gerne mal euren Tanzlehrer oder euren Tänzer irgendwie ausfragen wollt oder irgendwas von ihm wissen wollt. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wer könnte das sein. Kimo, würdest du irgendwen gerne mal auslöschern oder von irgendwem mal so sagen, okay, der muss auf jeden Fall mal alles raushauen. Ja, ich würde gerne matchen und mal sehen. Ey. Das wäre echt hammer. Hättet ihr Bock auf match? Da bräuchten wir aber nicht zwei Minuten, ich glaube, weil ihr brauchen ja schon ein bisschen mehr, weil dann schon viel zu erzählen. Ja, vielleicht könnten wir da auch eine extra Minute dranhängen. Wir nicht brauchen. Das ist ja kein Problem. Ja, das kommt auch immer drauf an, wie viele Fragen da natürlich gestellt werden. Okay, ich habe jetzt hier alle aufgeschrieben, die teilgenommen haben und ja, werde da auch natürlich nochmal einen Aufruf starten. Schreibt uns doch bitte an oder schreibt Kimo an, damit wir die Adresse haben und ja, damit das alles auf jeden Fall glatt läuft. Ich werde das jetzt so hoch und runter scrollen und du musst irgendwie versuchen blind auf mein Smartphone zu zippeln. Okay. Okay. Oh, jetzt habe ich das schon. Warte. Drei, zwei, eins, tippeln. So, du hast sogar was markiert und gewonnen hat Anna Bianca Werber. Du hast auf jeden Fall gewonnen und dein Kommentar wird auf jeden Fall auch nochmal eingeblendet, damit auch alle wissen, okay, die hat auf jeden Fall irgendwas gefragt und die ist auf jeden Fall dabei. Du hast diese Cap gewonnen. 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 Komm mal rein. 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 Herzlichen Glückwunsch. Sogar extra nochmal einen herzlichen Glückwunsch von Jonny selber. Vielen, vielen Dank beim Schauen des Videos. Danke. Es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Wonder Talk. Peace out. Peace. Peace. I was gonna give one that? A, B, Waaaaaah.